Hallo Leute und willkommen zurück bei Naturally Walsam. Ich bin Eva und das neue Jahr hat begonnen. Das ist Zeit zum Abspecken und um zu fasten oder den Körper zu reinigen bzw. ein Detox-Programm in Angriff zu nehmen. Ich habe mir gedacht, ob ich nicht mal wieder einen Saftfasten machen soll, aber bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich eine andere Variante von Detox-Programm machen werde. Und zwar habe ich vor kurzem über eine Leberreinigung gelesen und die kann man ganz einfach in den täglichen Alltag mit integrieren, ohne dass man dabei fasten muss oder auf irgendwas verzichten muss. Und alles, was man hierbei machen muss, ist vor den jeweiligen Mahlzeiten, das heißt ungefähr dreimal am Tag, einen Saft zu trinken. Den zeige ich euch gleich. Und ansonsten seine Mahlzeiten relativ leicht und einfach zu halten und sich nicht zu überessen. Das ist alles. Klingt das nicht super? Also ich bin Feuer und Flamme und habe auch gleich losgelegt. Und mit der Leber ist es die Sache, dass wenn unsere Leber verschlackt und zu überlastet ist, dann kann das unter anderem auch dazu führen, dass wir Probleme dabei haben, Gewicht zu verlieren. Deswegen ist eine Leberreinigung nicht von der Hand zu weisen. Und wenn auch ihr Probleme habt, Gewicht zu verlieren, dann könnt ihr diese dreitägige Leberreinigung durchführen und schauen, wie ihr euch danach so fühlt. Und je nach Belieben sie nach sieben bis zehn Tagen wiederholen, so oft ihr mögt. Und diese Reinigung ist super einfach und den Saft hat man wirklich im Handumdrehen zubereitet. Und wenn man will, kann man sich die ganze Ration für den Tag schon im Voraus zubereiten, weil er enthält Zitronensaft. Und Zitronensaft konserviert ziemlich gut, wenn man das in ein Luft- und Lichtundurchlässiges Gefäß füllt. Dann hält er sich bis zum Abend auf jeden Fall gut. Seid ihr bereit für diese Leberreinigung? Dann gehen wir in die Küche und ich zeige euch, wie man diesen super leckeren Saft zubereitet. Und natürlich erzähle ich euch auch noch ein bisschen was zu den Inhaltsstoffen und warum sie so gut für eine Leberreinigung sind. Für diesen leberreinigenden Saft braucht ihr zwei Tassen Wasser, zwei Stangen Staudensellerie, grob kleingeschnitten, eine Vierteltasse kleingeschnittene glatte Petersilie, eine Vierteltasse Koriander, einen Teelöffel Spirulina-Pulver und eine geschälte Zitrone. Kommen wir nun zu den Inhaltsstoffen. Sellerie bzw. Staudensellerie spült Gift- und Abfallstoffe aus dem Verdauungstrakt und aus der Leber sowohl als auch Schwermetalle. Und Sellerie hat auch eine leicht abführende Wirkung und sorgt somit auch für den Abtransport der Giftstoffe. Und aufgrund seines Reichtums an Mineralsalzen hilft er dabei, unseren Körper und unseren Verdauungstrakt basisch zu halten. Und Petersilie hat die Eigenschaft, den ganzen Körper auf ein basisches Niveau zu bringen. Normalerweise haben basenbildende Lebensmittel immer nur die Eigenschaft, ein oder zwei Körpersysteme basisch zu machen, während andere Systeme dann weiterhin übersäuert bleiben. Petersilie eignet sich auch hervorragend zur Schwermetallausleitung, denn sie spült sowohl Aluminium als auch Kupfer aus der Leber und Pestizide und Herbizide sowie DDT. Und glatte Petersilie enthält in der Regel mehr Nährstoffe, deshalb immer diese bevorzugen. Koriander ist das ultimative Kraut, wenn es um die Ausleitung von Schwermetallen geht und von Giftstoffen, vor allem aus der Leber. Und des Weiteren erreicht Koriander auch noch schwer zu erreichende Stellen im Körper und entfernt dort die Schwermetalle wie Quecksilber und Blei. Last but not least, Spirulina. Und Spirulina wird schon lange wegen ihrer unglaublich leberschützenden Eigenschaften geschätzt. Spirulina ist voller Antioxidantien, Nährstoffe, essentieller Fettsäuren und Chlorophyll, was alles dazu beiträgt, die Leber in ihrer Entgiftungsarbeit zu unterstützen. Und Spirulina hilft der Leber außerdem auch dabei, Giftstoffe und schädliche Schwermetalle aus dem Körper zu entfernen. Und zu guter Letzt noch die Zitrone. Zitronen sind eine Topquelle für Mineralsalze und Spurenmineralsalze. Und aufgrund ihres bioverfügbaren Kalziums und einfach absorbierbaren Vitamin Cs sind sie äußerst basisch für unseren Körper. Die sind nicht nur großartige Leberreiniger, sondern helfen zusätzlich auch noch bei der Reinigung der Nieren, Milz, Schilddrüse und Gallenblase und sind die effektivsten Schleimlöser. Zitronensaft hilft dabei, die Lebensmittel in unserem Magen aufzuspalten und sorgt somit für eine bessere Verdauung. Und je effektiver unser Magen das Essen verdaut, desto weniger Arbeit hat unsere Leber. So, dann starten wir jetzt mit der Safterstellung. Hierzu gebt einfach alle eure Zutaten in den Mixer oder je nach Belieben lasst alle eure Zutaten durch den Entsafter laufen und wenn ihr sie durch den Mixer laufen lasst, dann einmal saftig aufmixen, durch ein Sieb gießen, ordentlich ausdrücken, et voilà, schon ist euer super leckerer Saft fertig. Den trinkt ihr jetzt zu ungefähr 20 bis 30 Minuten vor den jeweiligen Mahlzeiten, dreimal am Tag und wenn ihr nicht die Zeit habt, ihn frisch zuzubereiten, dann könnt ihr natürlich auch die ganze Tagesration schon morgens zubereiten, ihn abfüllen und dann trinken, wann immer ihr ihn braucht. Und nicht vergessen, während des Tages dann die Mahlzeiten kleiner zu halten, sich nicht zu überessen und ausreichend zu trinken, damit die Giftstoffe aus dem Körper gespült werden können. Und was denkt ihr, ist das nicht ein super einfacher Weg und noch dazu ein leckerer, um seinen Körper und seine Leber zu reinigen? Ich finde es auf jeden Fall klasse und der Saft ist auch ziemlich lecker. Wenn ihr also dieses Video gut fandet, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch und schreibt mir auch gerne in den Kommentaren, ob ihr vielleicht auch mal so ein Leberreinigungsprogramm in Angriff nehmt, beziehungsweise ob ihr gerade überlegt, ein Fastenprogramm zu starten oder Saft zu fasten, was auch immer, euch im neuen Jahr bewegt. Schreibt mir gerne unten in den Kommentaren und ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Und falls ihr mir täglich folgen wollt, für noch mehr Inspirationen, wie ich gesund ins neue Jahr komme, dann findet ihr mich natürlich auch auf Facebook, Instagram, Pinterest und Snapchat, alles unter at NaturallyRawesome, Links sind auch unten in der Videobeschreibung. Und für noch mehr Inspirationen rund um den rohveganen Lebensstil, gesunde Tipps und leckere Rezepte, abonniert auf jeden Fall auch meinen Kanal. Denn da poste ich immer mal wieder, beziehungsweise einmal die Woche, ein neues Video. Und bis zum nächsten Video, denkt dran, keep it light and simple and as always naturally rawesome. Tschüss! Habt einen wundervoll, saftig leckeren Tag. Mmmh. Cheers! Und soll ich euch was sagen, das Wetter draußen ist echt nicht unbedingt angenehm. Super regnerisch, beziehungsweise schneit es und bindet und es ist super kalt. Da bleiben wir doch lieber drin und trinken Saft. Spaß! Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020